Willkommen zum letzten Tipp, jetzt auch zu dem Rätsel dieser Woche und unser letzter Tipp ist Parallelwelt. Also wenn ihr jetzt schon, oder wenn ihr jetzt wisst, welches Spiel wir meinen, dann schreibt es unten in die Kommentare rein. Und wir sehen uns, die überhören uns Dienstag wieder mit dem nächsten Rätsel und dem damit verbundenen nächsten Spiel. Bis dann, haltet euch an Steiff. Bis dann, haltet euch.